Am Berg unterwegs zu sein ist für mich eigentlich wie Hauke. Träsenk, ich bin der Vittorio Messini, ich bin Bergführer und Geologer aus Karlsum-Grossglockner. Ostrol ist durch seine Ursprünglichkeit einzigartig in den Alpen. Aus geht's! Mein Hauptberuf ist Berg- und Skiführer. Dabei geht es nicht nur darum, Leute klassisch auf die Berge zu führen, sondern ihnen Erlebnisse mitzugeben. Sei es beim Hochtouren gehen, beim Skitouren gehen, beim Eisklettern oder beim Felsklettern. Auch wenn einer lernen will, eigenständig Fels zu klettern oder Eis zu klettern, ist ein professioneller Bergführer auf der richtigen Stelle. Skitouren gehen und Berg gehen im Allgemeinen macht für mich irrsinnig Spaß. Ein Grund dafür ist sicher das Freisein an sich, weil Freisein ist scheint zu Tage nicht mehr selbstverständlich. Und das versuche ich auch meinen Gäste mitzugeben. 90% der Fläche Ostrols sind gebirgig, was es zu einer Spielwiese, des Alpinismus und zu einem Erholungsraum zugleich macht. Ostrol in zehn Jahren wird nicht mehr von starrem Winter und Sommer Tourismus geprägt sein, weil Sport und Freizeit kann man auch im Herbst und im Frühjahr betreiben. Das kann ich als Bergführer noch bestätigen. In den nächsten zehn Jahren wird es selbstverständlich sein, mit dem E-Bike auf eine Hütte zu fahren. Hike and Fly und Hike and Tannenfly werden nichts mehr besonders sein. Durch das neue Alpenvereinsteam der Jugend Lienz wird eine Kletterhalle auch selbstverständlich sein. Besonders sagenmerk werden wir auf die Schutzhütten legen, weil die unsere wichtigste Infrastruktur in den Bergen sind. Ich freue mich auf unsere Zukunft. Alsoomme auch. Inschterlishing. Wir sehen uns ally. 条marfer